Hey Leute, wir sind heute bei einer Extra-Challenge angelangt, nämlich werde ich anhand eines Color Wheels bestimmen, wie unser Sim aussieht. Eine kleine Sim-Dame, die kunterbunt gestaltet wird und dann später zu unserer Disney Legacy irgendwo in ein hübsches kleines Häuschen zieht. Ja, seid gespannt. Ich bin's auch. Ich hoffe, ich kriege nette Farben und es wird nicht zu kunterbunt. Viel, viel Spaß! So Leute, wir haben einen Base-Hill runtergeladen aus der Galerie und ich habe ihr schon mal ein Skin draufgeklatscht. Ja, die gefällt mir ganz gut. Mal gucken, was draus wird. Ich hoffe, nicht allzu schlimm ist. Ich habe hier so ein kleines Rad schon mal vorbereitet mit ein paar Farben. Ja, dann lasst uns doch einfach mal mit der Haarfarbe loslegen, würde ich sagen, oder? So, ready to spin! Und grau. Okay, sie kriegt graue Haare. Graue Haare. Mal gucken, was ich... Eher lang. Ich glaube, ich glaube, ich habe mehr Bock auf kurze Haare. Also wirklich kurz, kurz. Oder sowas. Kriegen wir das in grau hin? Oh ja. Oh, das gefällt mir richtig gut. Was sagt ihr? Ich hoffe schon. Oder mit? Mit? Ja, mit finde ich richtig gut. Ähm... Die Augenbrauen vielleicht? Hm, gucken wir mal. Nochmal. Und... Was ist es? Oh, orangene Augenbrauen. Okay. Gut. Trifft das orange? Ja, das trifft orange, oder? Können wir wenigstens... Okay, das sieht nicht wirklich orange aus. Das sieht orange aus. Okay, da gibt es kein Orange. Joa, okay. Okay, orange ist jetzt nicht so die beste Wahl. Aber ich glaube, die sind ganz gut. Ähm... Augenfarbe? Lila. Okay. Hab lila Augen. Finde ich cool. Finde ich cool. So, Make-up, Leute. Erstmal... Der Lidschatten. Was wird es werden? Rot. Cool. Roter Lidschatten. Warte mal, da mache ich doch direkt mal so. Und dann können wir uns hier mal so ein bisschen... Oh, das sieht gut aus. Ich finde, sie könnte ruhig durch ihre Augen jetzt ein bisschen extravagant werden. Ähm... Das ist eher rosa. Ich glaube, das gefällt mir schon wirklich gut. Oh, nee. Das sieht aus wie ein Fehler. Nee. Ich glaube, wir nehmen das hier. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. So. Eyeliner. Eyeliner. Gelb. Gelber Eyeliner. War aber gelb? Gelb. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm... Oh, puh. Das ist ganz schön hardcore, ne? Das ist ganz schön hardcore. Gibt es nichts Dezenteres? Oh, gelb ist wirklich harsch. Oh. Können wir das nehmen? Ich glaube, das ist in Ordnung, oder? Das andere ist mir wirklich ein bisschen zu extrem. Ui, 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 ui. So. Ähm... Wangen. Also Rouge. Was willst du? Grau. Grau. Grau, grau. Gibt es hier grau? Grau. Okay, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Einmal das. Oder einmal das. Ich glaube, das passt besser. Als das hier. Das sieht aus wie ein... Nee. Dann nehmen wir das. Wir nehmen das. So. Lippenstift. Gelb. Oje. 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 Ja. Entweder Knall. So ein bisschen dekorativ oder... Wobei das zählt für mich nicht wirklich als nur gelb. Ich glaube, dann bin ich eher bei dem Vampir... Vampirlippenstift mit diesem Streifen unten. Ja. Das werden wir tun. So. Dann... Also noch ist es nicht so glücklich. Mal gucken. Ähm... Oberteilfarbe. Oberteilfarbe. Grau. Okay. Grau. Grau. Äh? Falschtaste. Falschtaste. Grau. 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 Ups. So. Grau. Was darf sein? Nehmen wir was Schlichteres oder nehmen wir was... Oh. 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 Das finde ich echt gut. Oder nehmen wir was mit einer bösen Katze. Hm. Eher was Gemütlicheres oder eher was so Vamp-Style-mäßig. Oder sowas. Hm. Das ist auch cool. Also das finde ich auch sehr, sehr cool. Das geht für mich aber eher in die Richtung Schwarz wegen dem Oberteil. Ähm... Ich glaube... Ich bleib dabei. Ja. Vor allem geil. Ganz ehrlich. Also jetzt gefällt es mir. Okay. So. Rosenfarbe. Oder Unterteil. Unterteil. Bitte. Ach. Rosa. Oh je. Okay. Rosa. Gibt es hier Rosa? Es gibt nur Pink. Okay. Da müssen wir Rosa suchen. Gibt es irgendwo Rosa? Das ist ja eher Pink. Hm. Rosa wird schwierig. Da... Vielleicht? Zählt es als Rosa? Das zählt nicht wirklich als Rosa. Oder? Das ist ja zählt als Rosa. Das ist auch eher Lila. Das ist auch noch Rosa. Aber jetzt nicht das, was ich eigentlich wollte. Ah. Rosa. Die schlechteste Farbe, die hätte kommen können. Wirklich. 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 Die schlechteste Farbe, die hätte kommen können. Ah. Uh. Es gibt eine rosa Röckchen. Nehmen wir das? Ich meine... Passt jetzt nicht sonderlich, glaube ich. Also, aber... So eine... Das fühle ich halt auch einfach nicht, ne? So eine Art Jogginghose. Ne. Ne, 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 ne. Dann nehmen wir lieber hier den Rock. Dann nehmen wir lieber den Rock. Oh. Sonst gibt es nichts, oder? Ah. Vielleicht ohne. Vielleicht mal gucken, ob es was für ein Nünftiges von Sims selber gibt. Aber mit dem... Den Rock, den fühle ich halt auch nicht so, ne? Ah, die Hose killt mich jetzt. Die Hose killt mich. Hart an der Grenze, Lady. Hart an der Grenze. Ich hab... Ich hab halt so ein Bild im Kopf. Wisst ihr, was ich meine? Ich hab grad wirklich so ein Bild im Kopf. Das können wir machen. Das sieht schon eher so ein bisschen nach Party aus, aber es geht. So. Ich mein, ihr Make-up ist ja auch sehr, sehr, sehr speziell. So. Schuhe. Schuhe. Auch rosa. Okay. Das dürfte nicht das Problem sein. Ah, wie... Gibt kein rosa. Okay. Rosa? Vielleicht sowas? Ne, 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 ne. Oh, nee. Das ist mir ein bisschen zu extrem. Hardcore. Hardcore, hardcore, hardcore. Vielleicht Turnschuhe. Turnschuhe, ne? So. Passt das? Das kann man machen, oder? So. Jetzt fehlen noch Fingernägel. Ladies. Fingernägel. Ladies and gentlemen. Sie kriegt pinke Fingernägel. Knatschen pink. Das ist eher rosa. Das ist alles rosa. Gibt's nicht... Es gibt nur Leder oder rosa. Es gibt aber kein pink. Ah, ich raste die... Ah, da. Pink. Das ist pink, oder? Das zählt als pink. Guck ihn mal an hier. Das zählt als pink, oder? Ja. Das zählt als pink. So. Weiter geht's. Dann würde ich ihr jetzt einfach noch ein paar Ohrringe verpassen. Und vielleicht ein Piercing? Glaubt, das passt ganz gut, oder? Auf jeden Fall spin the wheel. Ohrringe. Schwarz. Schwarze Ohrringe. Also schwarz gibt's zumindest einige. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh ja. Tunnel, oder? Ich glaube, Tunnel ist ganz cool. Ja. So. Piercing. Was darf's sein? Gelbe Piercings. Oh je. Okay. Kann man mal machen, ne? Septum oder Nasenring? Ich glaube, Nasenring passt besser. Ne, das ist zu viel. Wenn dann nur einer. Ja. Was sagt ihr zu der guten Lady? Die restlichen Outfits werde ich auf jeden Fall so anpassen. Wir machen jetzt einmal den Randomizer. So. Sie ist paranoid. Eine Öko-Fanatikerin und Insider. So. Das hier geht leider nicht random. Deswegen machen wir jetzt einfach... So. Augen zu. So. Es ist irgendwas mit Kreativität geworden. und Meisterfabrikantin Grüblerin. Okay. Das ist gut. So. Hier randomisen wir auch ein wenig. So. Sie hat eine Abneigung gegen Wellness, Insel, Deko und Pink. Super, dass sie Pink trägt. Ach ja. So. Hier oben machen wir jetzt einmal fünfmal jeweils Vorname und Nachname, damit das auch alles schön random verläuft hier. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Das ist die gute Jenny. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Braun. Die Jenny Braun wird jetzt also zur guten Snow irgendwo hinziehen. Ich weiß noch nicht wo. Ich weiß noch nicht wie. Aber sie wird auf jeden Fall einziehen. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ich finde sie eigentlich tatsächlich sehr, sehr cute. Und sie ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Auch wenn es ein wenig gewagt ist. Aber ja. Leute. So. Cherry Braun ist. Äh. Cherry sag ich schon. Jenny Braun ist fertig. Und ähm. Ja. Mir gefällt sie tatsächlich sehr, sehr gut. Auch wenn sie ein sehr extra wagendes Make-up hat. Aber sie wird auf jeden Fall einziehen. Und hoffentlich begegnet mir ihr mal. Bis dahin. Ähm. Hoffentlich hat uns ihr. Hör. Was ist denn heute los mit mir? Hat euch das Video gefallen? Lasst ein Like da. Wenn ja. Aktiviert die Glocke. Abonniert den Kanal. Damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann. Ähm. Ja. Sehen wir uns entweder auf Twitch wieder. Oder hier. Wie ihr möchtet. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Eure Cherry. Mua. Mua. Das war's für heute.